Boah, das war jetzt ne Chance. Ja, jetzt mach rein! Boah Jonas, das war mega gut! Alter! Das war richtig gut von dir! Das war echt Game Changer. Nein, oh schade. Komm, Combo Attack! Oh mein Gott! So sieht's nämlich aus! So, 11 Sekunden haben wir noch. 11 Sekunden geht, klar. Nee, das war perfektes Teamplay. Alle mit eigenem Sinn. Obwohl ich tatsächlich noch nie gehört hab, dass irgendwie ein Gegner im Sprachchat geredet hat. Kann man das überhaupt nicht aufweisen? Im letzten Match? Hey, ernsthaft? Ja! Deutschen, Golle die Knolle! Hey, der hat doch nicht im Sprachchat geredet. Doch! Doch! Ja! Amina! Sukum! Mashallah! Fahre bin Lambo nur tiefer gelegt! Yallah, Habibi! Ich komme! Nein! Boah! Oh, das war schön, das war schön! Ja! Oh, schick! Zack! Oh, 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 oh! Das war richtig aus! Hurri! Und jetzt wird's wieder kurz! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Alter. Das war mal GG, ey. Uiuiui. Das war ziemlich eben bütige Gegner. Nö. Nö. Weil irgendwie kam mir das so vor, als es letztes Mal Nitro-Kisten gab. Als ob die erhöht werden. Das stimmt, Alter. Aber das kommt mir heute auch noch so vor. Er ist drin. Nö. Fuck! Der ist tatsächlich drin. Meckwurst, ey. Meckwurst. Meckwurst, ja, man. Das war nice. Das war nice. Das war auch awesome. Der Stratus ist da. Ja. Ja. Oh, der hat schon noch mit dem Skate. So. Machen wir das gleiche nochmal? Ja. Erstmal die Leute triggern. Warum auch immer eins gerade. Okay. Ha. Ich glaub, der war da so geflasht, dass er nichts machen konnte. Glaub ich auch. Na komm. Den nehm ich mir noch. Bin ich aber auch schön drüber gesprungen, finde ich. Warte. Das kann nicht wahr sein. Krieg ich noch. Na. Da muss ich mich jetzt mal für entschuldigen. Aber. War zu gut. Das merke ich mir. Das war richtig assi. Ja. Jo, das ist ganz toll gemacht. Schau an dir. Was ist denn los? Warte. Ja. Jesus. Ah. Das war natürlich Absicht. Guckt's euch an. LOL. Oh nice. Darfste? Ja. LOL. Das muss ich dir noch mal angucken. Das war schick. Wow. Wie hab ich den gehalten? Äh. Das war nur 900 in der Cashback-Aktion. Und du kriegst 30€ zurück wenn du das kaufst. Und ich hab mich jetzt auch schon dafür angemeldet und bin fertig damit. Lecker Xbox One Nero X. Das sieht schon geil aus. Hahahaha. 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 Ich wär da gewesen. Ich lass mal so. Hahahaha. Macht, 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 Macht Anyways, das ist leer. Komm, Mann. Säbel.